Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir haben im letzten Part ganz schön auf die Fresse gekriegt. Wir haben immer wieder versucht eine Burg hier hinzustellen. Hat leider nicht funktioniert. Ich werde hier beim nächsten Mal 2 hinstellen. Irgendwas müssen wir da oben auch noch machen. Ja, wir wollen die Mission neu starten. Und zwar... Wo ist das denn? Spiel speichern, neu starten, da. Ja, hat leider nicht so funktioniert wie wir wollten. Wieso gehen jetzt um der? Am besten gar nicht nachfragen. Am besten gar nicht nachfragen. So. So, wir bauen erstmals das Dorfzentrum auf. Da hatten wir es beim letzten Mal. Wir können es doch schon mal reparieren und wir werden das hier machen. So, jetzt ist der Gruppe 1. Wir wissen jetzt wenigstens, dass er von oben kommen wird und besonders von hier vorne. Deswegen werde ich das hier auch mal direkt erkunden. Wir wissen, dass wir über den Seeweg nicht wirklich was machen können. So, da wo der Turm steht. Oh, das kann ich eine ganze Stunde lang machen. Oh, schade. Wieso sind die jetzt... Ah, egal. Außer, wir machen den Turm da weg. Du, da hin. So. Wir bauen mit ein paar Häuser. Du gehst da oben hin, damit wir das auch noch mal schnell gefunden haben. Sehr gut. So. Einkaufen, Steine. So, das haben wir. Und wir bauen gleich eine Burg hier hin. Kriegen wir auch eine zweite daneben noch? Ich mache das mal da und dann versuche ich da noch mal eine zweite hinzusetzen. So, keine Nahrung mehr. Das ist aber nicht so schlimm. Wir wollten ja welche anbauen. So. Ah, mir fehlt Holz. So, das fehlt mir auch noch. Und wir können das Gold gut anlegen. Ja. Ups. Ich brauche auf jeden Fall Bogenschützen. Holz. Los, mehr Leute. Ich brauche mehr Holz. Ich kaufe noch mal ein bisschen. Nur damit wir das Wichtigste schon mal zu Anfang haben. Du wärst. Ich sag' gerade, da steht einer mal klein. So, wo finde ich Nahrung? Nirgends wahrscheinlich. So, wenn wir hier zwei Bogen haben, die durchgehend schießen. Dann sollte er eigentlich keine Chance mehr haben. Äh, was wollte ich mit ihm machen? Genau, Nahrung. Eins, zwei, drei. Da. Eins, zwei, drei. Passt. So, und die kostet mich Holz und Gold. Holz und Gold. Ich werde noch mehr Steine kaufen. Begleicht die nächste Burg in den Pflanzen. Ah, mir fehlt immer noch Nahrung. So, du kannst noch mal Häuser bauen. So, hat er was zu tun. Du hast was zu tun. Wär nichts zu tun. Sie. Wär noch nicht. Ähm. Du wärst da. Und du baust noch ein Feld an. So, wenn wir dann ein bisschen Nahrung haben. Wobei, wir haben ein bisschen Nahrung, ne? Ja. So, haben wir das Wichtigste schon mal zuerst gebaut. Die gute Verteidigung. Klickmann. So, das da wird noch repariert. Deswegen können wir uns nicht leisten. So, die Scouts, die sterben jetzt immer alle schön. So. Noch ein Feld. Ah, nein. Oh, erst mal davon was. So, ein bisschen Holz kriege ich ja schon mal rein. So. Aber kann ich schon mal arbeiten. Wenn sie jetzt mit Ramburg und sowas kommen, sollten die schnell weggeschossen sein. So. Da fehlt noch ein bisschen Hals. Ich will erst mal für die Punktschützen benutzen. So. Und es fehlt immer noch Hals. Da fehlt noch. Da. So. Fünf. Fünfzehn. Noch fünf brauche ich. Zwei, drei, vier, fünf. Passt. So. Dann ist die erste Burg schon mal voll besetzt. Und die wird immer schön mithelfen dann. So. Du bist fertig. Buhwähre, 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 Buhwähre. So. Das ist soweit auch durch. Auch noch mehr Holz. Und ich hab gesagt, da oben brauche ich auch noch eine Burg, ne? Nachdem du erst mal hier noch den Ding insgebaut hast. Ja, noch mehr Holz. Danke. Ähm. Woher? Und dahinter gleich noch die Steinbruch. So können wir arbeiten. So. Am Anfang haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, bevor er angreift. Das ist ja eigentlich ganz gut. So. Wir brauchen dich mal kurz. Das können wir uns noch mal leisten. Bei zwei Möcheln ist ja besser. Mach mal den Busch da weg. Der ist ein wenig am Nerven. So. So. Das brennt noch. Ich dachte, ich hätte ihn angeklickt. Egal. So. Kannst du die Leute erst mal heilen? Ich höre mich Gruppe 1. So. So. Bu-Were. 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 So. Hat auch wieder was zu tun. Mobilität entwickeln. Kasernerhalten stehen 100% schneller. Eigentlich nicht so verkehrt, aber... Ich möchte die Sachen erst mal noch ein bisschen aufsparen, sag ich mal. So. Der erste ist gleich weg da, hoffe ich. So. Noch vier, ne? Ja. Gut. Dann hauen wir da auch nochmal 20 rein. Kann er kommen. Gefühlt mit was er will. So. So hat unsere Einheiten das eigentlich schaffen. So. Und von oben halt noch, ne? Das müssen wir halt auch nochmal absichern. Wobei, oben kam nicht ganz so viel. Das können wir 200 auch noch mit Reitern oder so abfangen. Wenn ich den Reiter hätte. So. Zwei. Ah, ihr dürft euch beeilen. So, dann ist das auch nochmal weg. Na komm, mach weg. Direkt ein Feld hinsetzen. Okay, hier steht doch länger, als ich erwartet hatte. So. Und... Feld. So. Eigentlich ist das reinnehmen schon, okay. Nein, ey, das ist zu teuer. Ich brauche noch mehr Felder. Ich brauche noch mehr Burgen. Oder was auch immer ich noch brauchen kann. Das war Huber. So. Ich bin aktuell zufrieden mit meiner Verteidigung. Ja, doch. Gold investiert. Und zwar gut investiert. So, machen wir das nochmal schnell. Wo sind meine Mönche? Also Team 2. So. So, Holz kommt rein. Gold kommt ein bisschen rein. Nahrung kriege ich auch langsam. Und du willst sterben, habe ich gehört. Machen wir lieber nur auf Verteidigung. Guck mal, der kommt sowieso gleich wieder vorbei. Und zack ist tot. Abwohl, zack ist tot. Ähm. Ich brauche nochmal irgendwie ein paar Gebäude. Was ist denn jetzt hier noch da oben? So, ich brauche dich mal kurz. Um da oben hin zu gehen. Dann möchte ich das jetzt benutzen. Tausend Gold. Schwieriger zu bekehren ist natürlich ganz geil, ne? Zumal ja auch nur mit Mönchern ankommt, haben wir gesehen. Okay, ich brauche mal mit euch an. Warum wir dann nicht unser eigenes Dingern? Da wo die Türme stehen, gehen die auf jeden Fall lang. Wenn wir da eine Burg hinkriegen. Ah, ich weiß nicht, ob das klappt. So, Architektur, alle Gebäude, in denen sie das Dienstpunkt ist, erhöht, plus eins, normale Durchgangs, blablabla, Gebäudepansong, hier auch mal. So, und das hier auch nochmal. Wieso greift die an? Ja, das schaffen die. Die sind schon groß. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt habe ich 20. Das forsche ich auch schon mal direkt. Das war einfach zu teuer, ne? Sonst würde ich es ja auch noch machen, aber... Nee, danke. Das ist wichtiger. Das kann ich noch bauen. Habe ich, habe ich, habe ich... Ich habe alles, bis auf das Weltwunder. Ich glaube, mit dem Weltwunder kann ich eh nicht so viel empfangen. Brauchst du auch nochmal ein Feld an. So, hier nach unten. Die muss ich jetzt mal gucken, ob das da hinpasst. Tendenziell, ja. Oh, da baue ich es doch hin. So. Das hat noch 130. Einmal zu teuer. Das wird einfach nicht winziger. So. So, dann haben die das schon mal fertig. So, wir müssen uns beeilen, dass wir da oben auch noch ein paar Bogenschütze reinkriegen. Dann sieht sie das dann ja schon mal ganz gut aus. So, hier. Das dauert mir einfach zu lange, ne? 20 Stück ausbilden. Müsste ein bisschen schneller gehen. So, Rohstoffe habe ich. Die Upgrade habe ich. Das brauche ich nicht. In der Burg kann ich dann noch was forschen. Mit Sicherheit, ja. Hoffe wohl noch mehr Schaden. Einheiten der Kaserne. Schießlager, Scheiß. Schießanlager, ja, wo machen wir. Na, Scheiße, ne? Gefällt euch das? Ja. So. Wegvernichten. Wegvernichten. So. Jetzt hat nichts mehr zum Melden da. Auf der Seite. Noch zwei. Dann steht die Burg da oben auch. Da werden wir natürlich auch noch ein paar Einheiten reinsetzen. So, ihr seid fertig. Okay. Das könnt ihr jetzt mal machen. Du kannst mal das da bauen. und ihr baut Felder an. Zack. Zack. Du noch mal. So. Das hier werde ich auf jeden Fall auch forschen. Ich glaube, die Huskai sind ganz gut. Wenn wir dazu kommen. Und weitere Bogenschützen. Schön in Dauerschleife. Das ist toll. So. Du kannst mal Stein abbauen. So. Ich bin zufrieden mit meiner Verteidigung. So. Keine Leute, die nichts tun. Dass dieses Ding einfach mal eines der wichtigsten Gebäude werden würde. Mit den Bogen zusammen. Hätte ich pauschal jetzt nicht gedacht in dieser Mission. Ich hätte gedacht, die warten auf uns, dass wir sie langsam und stetig kaputt machen können. Ne. Sie wollen uns einfach kaputt machen. Bloß gern neues Land schenken. Kommt hier gleich dann schon wieder her. Habt ihr euch irgendwo geklaut? Mönche? Wart ihr das? Stimmt. So. Das Problem ist nur, uns fehlt Nahrung. Äh. Gold. Was machen wir jetzt? Ich werde mich jetzt weiter aufbauen. Das ist, glaube ich, immer eine gute Idee. So. Voll. Voll. Perfekt. Dorfbewohner mehr Schaden kann ich mir leisten. Ja, mach ich auch. So. Kasernenheiten entstehen 100% schneller. Die brauche ich ja selten. Kasernenheiten. Deswegen lassen wir das jetzt auch erstmal. Fünf davon. Dann ist die Bock oben auch voll. Und kann sich da oben auch verteidigen. Im letzten Versuch haben wir es ja leider nicht geschafft, irgendwie eine Burg da standhaft hinzustellen. Aber. Ja. Diesmal ist es besser. So, du kannst das erstmal reparieren. Egal, wie viel es verloren hat. Ist gar nicht mal so wenig verloren. 16.800. Alter, Schöne. So, das nicht. Mit der. Dafür, dass die eigentlich gar nicht so lange an der Burg dran waren. Ist ganz schön viel Damage. So. Jetzt können wir mal uns weiter aufbauen. Und zwar... Ah, ne. Was haben wir? Stelle. Ich brauche mal noch ein Feld. Hier vorne. Das sieht sonst doof aus. Achso. So das. Ich dachte gerade, der greift mich an, aber... Zum Glück nicht. So, der rote greift ihn zum Ende. Oder war das der hier? Ich habe nicht drauf geachtet. So, egal. Kannst du es eigentlich einnehmen? Schade. So, bleibt rein. Hast du was zu tun. So. Ja, verteidigen können sie schon mal. Perfekt. So, und noch ein Stall. Oh, mit einer Salve alle bei. Alle drei sogar. Nice. Okay, rot macht nicht so viel. Hey, nervt mich. Okay, lila ist das. Wer ist denn lila? Ich weiß nicht, was ich da bauen und verteidigen soll. So, die brauchen wir auf jeden Fall, die Froschung. Das steht auch noch. Müssen wir das auch mal irgendwann mal reparieren. Gut, dass es vorher nicht überspringt auf andere Gebäude. Das wäre echt schlecht. So. Haben wir das auch schon mal. Aha. Er verklemmt sich da schon wieder. Drehen wir jetzt um. Kommt ihr jetzt trotzdem von hier unten? Ich habe keine Ahnung. So, und... Wo war ich das denn hin? Da? Ja, komm, bauen wir da hin. So, mit Ding. Kann ich schon mal vergessen. Was macht der da? Weißt du selber nicht. Hey, ja. Kräft er jetzt an oder nicht? Hm. Wahrscheinlich will er, aber irgendwie ist er verwirrt. Oder er muss den großen Umweg laufen. Das sehe ich ja leider noch nicht so ganz. Ah, der Höhenverteil ist super. So, wir wenden aber hier den Part. Ich würde sagen, es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Und, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.